Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Martin! Sie bleiben befehlst du in das Meisten! Oh, meint euch das einfach Geld auf? Der Militär hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrücken... nicht als Feiglinge, verreilt als Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmäusch des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messergabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen nur behindert! Es hat mit denen nur als bestätigen Widerstand in den Weg geleckt! Es hat der Guter angetan! Ich bin der anderen Offiziere, die die Gänte lassen, wie Stalin! Ich habe abandone my child! Say it, say it! Abandone my child! Say it louder, say it louder! Ich habe abandone my child! Ich habe abandone my child! Ich habe abandone my boy! Ich habe abandone my child!